Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Wir befinden uns hier in Berlin im Mellow Park, Skatepark, BMX Park zusammen mit Ulf Duda. Sony Creator, Sportfotograf, Legende auf jeden Fall im Basketballbereich. Ich bin ein großer Fan seiner Fotos. Check auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung die Links zu Ihnen aus. Heute findet die Speedcon statt, richtig? Richtig. Das bedeutet, wir fotografieren mit? Mit der neuen Sony A93. A93. Also ganz viele Bilder, es wird geblitzt. Wir sind gespannt. Es ist für mich als kleiner Norddeutscher aus einer kleinen Stadt was Besonderes hier in Berlin zu sein. Und gerade hier im Mellow Park, im Skatepark, hier können wir die neue A93 testen von Sony. Ich hatte schon Gelegenheit, die sehr viel zu testen. Habe auch schon eine. Ich kann euch sagen, die macht richtig Bock. Wir reizen mal die Vorteile der A93 so richtig aus. Ein paar Keyfacts dazu. 120 Bilder die Sekunde. Das ist einfach nur krass. Und dazu in dem Zusammenhang auch der Pre-Shutter. Das heißt, der kann, wenn man den Auslöser halb durchdreckt, bis zu einer Sekunde, kann er schon vorauslösen. Das hilft ungemein, wenn man den perfekten Augenblick fotografieren möchte. Auch der neue Global Shutter ist halt schon ein Game Changer, gerade in Verbindung mit den Blitzen. Wir kennen es. Wir können blitzen bis 200, 250, vielleicht auch mal 400. Aber bis zu einem 80.000 mit einem kleinen Aufsteckblitz zu blitzen, ist schon richtig cool. Das heißt, wir haben hier krasse Sonne. Und wir können mit einem kleinen Blitz, können wir quasi die Sonne wegblitzen. Als Sportfotograf ist es natürlich wirklich ein Vorteil, 120 Bilder die Sekunde zu haben oder die Möglichkeit zu haben, damit zu fotografieren. Aber ganz ehrlich, ich bin Sportfotograf. Ich brauche auch nicht die 120 Bilder die Sekunde. Es hat aber einen immensen Vorteil. Bestimmte Szenen, die gerade im Sport stattfinden, da brauchst du jedes einzelne Frame. Gerade beim Basketball irgendwelche Dunkings, irgendwelche krassen Aktionen, die willst du unbedingt haben. Und du willst jedes kleinstes Detail haben. Und da ist die Chance halt richtig gut. Und du hast gleichzeitig auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn du die hast, weil du quasi mit Garantie das eine Motiv hast, was vielleicht andere Kollegen nicht haben. Aber die A9 III ist keine reine Sportkamera. Wild Life natürlich auch. Aber sei es Hochzeitsfotograf, Pressefotograf an sich. Du hast vorne, ich nenne es immer wie bei Knight Rider, den Super Pursuit Mode. Man hat vorne, neben dem Objektiv, hat man eine Turbo-Taste, nenne ich sie jetzt auch mal. Man kann, egal ob man Single Shot hat oder Medium, High, wie auch immer, wenn man diese Taste drückt, macht die Kamera 120 Bilder die Sekunde. A9 III für Content Creators ist vielleicht auch ganz spannend. Thema Social Media, Thema Workflow. 120 Bilder die Sekunde, das muss ich keinem Videofilmer sagen, was das im Videobereich bedeutet. Nehmen wir mal das Thema Hochzeit. Man macht ein Gruppenfoto und die sollen alle mal, das kennt man ja, eine ganze Gruppe soll quasi auf den Fotografen zulaufen. Was macht man daraus? Man macht einfach mal 120 Bilder die Sekunde. Daraus macht man ein cooles Slow-Mo-Video. Alle Bilder, die man exportiert, packt man einfach nur in einen Gift-Creator. Und zack, peng, hat man halt ein cooles Gift. Also es gibt da sozusagen diesen Wow-Effekt. Richtig geil! Heute im Mellow Park ist das natürlich super, weil es bietet so viele Möglichkeiten hier zu shooten. Einmal sind wir Indoor. Dort werden wir die Skater mal ein bisschen normale Rampen fahren lassen und so weiter und so fort. Da testet man sowohl auch den Blitz als aber auch natürlich diese 120 Frames per Second. Aber natürlich kann man auch hier draußen einfach mal ein paar Gegenlicht-Shots, damit wir sehen können, wie viel Power wir aus so einem kleinen Blitz rausholen können in Verbindung mit dem Global Shutter, so dass wir mit einem 16.000 oder sogar mit einem 80.000 fotografieren. Das hört sich auch alles cool an. Es ist auch super cool. Nur muss man auch ehrlich sein, es gibt noch gewisse Einschränkungen, die aber, ich denke mal, in naher Zukunft auch gefixt werden. Man kann mit einem 80.000-Still-Blitzen nur mit einem Single Shot. Das heißt, 120 Bilder die Sekunde ist auch generell mit dem Blitz nicht möglich. Wir haben hier als Partner ProFoto. Der schnellste Blitz von ProFoto macht, glaube ich, 50 Blitze in der Sekunde. Oder lass es 60 Blitze in der Sekunde sein. Das heißt, natürlich kann man nicht mit 120 Bildern auch 120 Blitze auslösen. Aber das macht nichts. Man kann bis zum 16.000-Still schon relativ viel machen. Und das Coole ist, man braucht nur noch einen kleinen Aufsteckblitz, der quasi auch noch nicht mehr bei voller Leistung sehr gut funktioniert. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Gerne, es war meine Freude. Deine Expertise hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß bei diesem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne runter in die Kommentare. Falls ihr noch mehr von Ulf auschecken wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle wichtigen Informationen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.